Frau Doktor Funke ist nicht da! Wirklich? Frau Doktor Funke? Hallo? Hören Sie, ich darf Ihnen niemanden reinlassen, also verschwinden Sie! Sie stecken hinter den ganzen Anschlägen auf Frau Doktor Funke. Sie haben nur darauf gewartet, dass Sie das Haus verlässt, damit Sie in aller Ruhe an die Juwelen rankommen. Jetzt tun Sie nicht so! Sof es kann, Sie wird es kein Reden geben! Sof es ist schon dadurch, dass Sie den Das ist! Sof es gibt es noch diesen Kastenin.